Hallo, hier ist Sabine von Ocean Blue Style. Ich grüße euch heute Morgen an einem sonnigen Sonntag vor der Skyline von Manhattan. Und ich habe mir mal so überlegt, ein paar Tipps, was ihr so machen könnt, wenn ihr mal in New York seid, an einem sonnigen Sonntagmorgen. Ihr könnt das Frühstück beginnen bei Ikea. Nur das Ikea hier IHOP Diner heißt. Der IHOP Diner hat wunderbare French Toasts, Unmengen von leckertem Kaffee und Ahornsirup. Danach könntet ihr euch auf den Weg in die 49. Straße machen, wie ich heute Morgen, um mit dem Wassertaxi nach Brooklyn zu fahren und dann vor dieser Skyline von Manhattan zu stehen. Ich bin jetzt hier im Brooklyn Park und gehe zurück nach Manhattan über die Brooklyn Bridge. Tschüss!